Alle reden von der Desert X und wir haben sie jetzt ganz frisch bei uns in unserem Messefuhrpark. Das gibt uns den Anlass, sie heute mal zu entführen. Wir haben ein bisschen Nebel gepachtet, aber der verzieht sich hoffentlich. Wir wollen ein bisschen Straße fahren, auch ein bisschen Offroad, haben unsere ganzen Produkte dran. Die stelle ich euch im Zuge dessen auch vor. Ein paar Bilder, ein bisschen Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Auf geht's! Von den Kollegen bekomme ich noch den motivierenden Hinweis, ich soll die neue Desert X doch bitte nicht auf die Seite legen. Dementsprechend vorsichtig gehe ich auf meine ersten Meter. Die Straßen sind noch nass und es ist ziemlich neblich. Mein erster Eindruck auf dem Bike ist aber durchweg positiv. Die hohe Sitzposition kommt mir entgegen. Ich habe einen guten Überblick und dank des breiten Lenkers lässt sich das Bike entspannt durch die Kurven manövrieren. Nach dem gemütlichen Warm-up verlassen wir die Straße und fahren in einen nahegelegenen Steinbruch. Hier fühlt sich die Desert X sofort zu Hause. Löcher und Steine federt sie locker weg. Das Handling ist top und der Antrieb ist bestens für das unwegsame Terrain ausgelegt. Bevor ich die Desert X jetzt komplett im Schlamm wälze, zeige ich euch, welches Zubehör wir von SW-Motec für das Motorrad alles anbieten. Und wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier zunächst für das wasserdichte Gepäcksystem entschieden mit den wasserdichten Syspacks. Das ist ja tatsächlich für Offroad und Gelände auch gemacht. Ihr habt hier den Rolltoppverschluss, habt hier jede Menge Stauraum. Und da kommt nichts dran und ihr seid fein, was Wasser angeht. Hier genauso diese Innentasche. Die könnt ihr euch separat nochmal anschauen. Passt optisch, wie ich finde, sehr gut zu Desert X. Und ihr könnt natürlich alternativ auch die Alu-Koffer dran machen an die Seitenträger. Die zeige ich auch nochmal kurz. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Die haben wir auch in schwarz und silber jeweils verfügbar. Den Seitenträger könnt ihr abnehmen, wenn ihr keine längere Tour geplant habt, einfach über das Quick-Lock-System. Ich schnalle jetzt wieder an. Hinten auf dem Gepäckträger könnt ihr auch noch Taschen verstauen. Wir hatten da jetzt mal ein Dry-Bag auch drauf. Ihr könnt natürlich auch aus der Pro-Serie Hecktaschen drauf verzurren. Oder wie gesagt ein normales Top-Case, das Strax ADV. Ich mache mal weiter. Wir sehen hier vorne den Tankrucksack. Da haben wir, weil der Tank-Einfüll-Stutzen auf der rechten Seite ist, haben wir den Platz auf der linken Seite genutzt und eine Tankring-Konstruktion gebaut. Und haben jetzt hier den Pro-Yukon auf dem Pro-Tankring. Finde ich auch. Passt gut. Ich habe jetzt hier mein Handy drin verstaut. Und innen drin jetzt vorübergehend die Handschuhe und mein Halstuch. Magnetgeckel. Weiter vorne sehen wir den Sturzbügel. Da habe ich schon mit den Leuten aus der Werkstatt gesprochen. Das war wohl nicht so einfach, weil die Anbaupunkte nicht so wirklich da waren. Das ist jetzt unser Sturzbügel, wie er final aussieht. Sehr langes Stahlrohr. Eine dicke und eine dünnere Variante. Aber schützt natürlich die Verkleidung. Bei Umfallern. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht. Aber wenn, dann bin ich gut geschützt. Wir haben hier unten den Motorschutz. Den habe ich auch schon gut eingesaut. Ich denke, das macht Sinn. Ich glaube, serienmäßig ist auch schon einer dran. Das ist auf jeden Fall die massivere Variante. Weiter vorne haben wir noch die Axtsturzpads. Hinten gibt es die auch bei der Desert X. Dann gehen wir einmal vorne ums Bike rum. Sehen an den Doppelscheinwerfer haben wir hier noch einen Scheinwerferschutz. Und am Lenker die Cobra Handguards. Hier unten, ganz spannend, heute Morgen bin ich mit meinen Stiefeln, hatte ich wirklich Probleme mit dem Schalten. Da war ich auch nochmal bei den Kollegen. Wir hätten es auch selbst gekonnt, aber so ging es schneller. Wir haben die Fußraste nochmal nach unten verlegt, damit ich wirklich auch unter den Schalthebel komme. Das war am Anfang schwierig. Wir haben den Schalthebel auch ein bisschen verstellt. Und so passt es jetzt prima. Auch gleich beim Offroadfahren komme ich im Stehen da auch gut dran. Wir haben das Gummi abgemacht, damit ich mehr Grip habe. Was auch echt sinnvoll ist, seht ihr ja auch die Seitenständer-Fußverbreiterung hier im Schlamm. Das hilft beim Abstellen. Und wir haben auch noch einen Hauptständer im Angebot. Jetzt wo ich eingefahren bin, wechselt nochmal auf die Straße. Der starke V2-Motor mit 110 PS macht einfach Spaß. Und trotz des 21 Zoll Vorderrads hat die Desert X ein erstaunlich gutes Ansprechverhalten auf dem Asphalt. Auch in engeren Kurven. Wirklich beeindruckend ist auch die technische Ausstattung der Ducati. Schaltautomatik, Traktionskontrolle und sechs unterschiedliche Fahrmodi. Die individuellen Einstellungsmöglichkeiten sind der Wahnsinn. Ich kratze hier wirklich nur an der Oberfläche. Ja, mein Fazit ist, dass ich den Hype um die Desert X wirklich verstehen kann. Es ist ein richtig toller Kompromiss zwischen Geländemotorrad und Straßenmotorrad. Wo ich so ein bisschen ins Grübeln komme, ist der Preis. Für mich persönlich wären jetzt 16.000 Euro für ein Motorrad, mit dem ich ab und zu ins Gelände fahre, definitiv zu viel. Trotzdem finde ich sie richtig gut. Auch optisch gefällt sie mir mit dem Weiß und dem schlanken Heck und dieser Vorderpartie mit diesem mächtigen Tank. Auch mit den Scheinwerfern, das sagt mir schon sehr zu. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Eindrücke vermitteln von unserem Tag mit der Desert X. Vergesst nicht uns zu abonnieren, falls ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt und immer Updates bekommen wollt. Schreibt Kommentare, wie findet ihr das Motorrad, gefällt euch die Desert X, habt ihr andere Motorräder, die ihr bevorzugen würdet? Wie steht ihr dazu? Interessiert uns natürlich immer. Wir antworten auch auf eure Kommentare und viel Spaß und wir sehen uns bis bald.